Hallo jemand, muss mich heilen hier! Halt mich mal! Halt mich mal! Okay, es sind zu viele, die können mich nicht heilen. Du stirbst! Ich heile mich deiner selbst. Der Alice kann sich auch selbst heilen, ich heile ihn nicht. Ähm, naja, der Vorteil jetzt, weil ich diese Mission schon gemacht habe, die hatte ich nämlich noch nie gemacht. Und ich kenne jetzt die Zombies hier. Ich weiß jetzt, wo ich lang muss. Ich weiß, dass hier alles passiert. Das ist über den letzten Mal. Ey, was macht denn der Schwanz da? Wir haben einen Trager! Scheiße! Das ist der Safe-Room. Kommt rein. Seit Ende. Ich habe 76 getötet. Nein, ich habe dir nichts getan. Ja, na und? Und, was gibt's noch? Die Witch. Ja, ich habe dir meistens Schaden zugefügt. Mit den Granaten, ja. Mit der Nutte da. So. Ich sehe da auch gleich eine meiner Lieblingswaffen. Ja. Nehm ich das Katana! Und ich nehme jetzt wieder, ne? Shotgun. Gibt's denn wohl Pillen oder sowas? Pillen, 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 Pillen. Gibt's nicht. Oh, der ist schon tot. Dann stellt euch mal vor, ich müsste das hier alleine machen. Ich müsste ja alleine alle killen. Das wär schwer. Ihr seht, das Spiel ist teilweise richtig brutal. Deswegen wird es auch geschnitten. In der Cut-Version, ähm, gibt's einfach kein Blut. Da lösen sich Zombies einfach so von alleine auf, wenn sie auf dem Boden liegen. Ich bin halt hier die amerikanisch. Ne, nicht die. Ich hab die Özy-Version. Die ATAR-Version. Äh, AT. ATAR. Oh, ich hasse diesen Tank schlechter, das ist so ne Missgeburt. Oh, Alter, wegen diesem scheiß Tank schlechter, da. Bring die nochmal um, Alter. Wir werden jetzt alle sterben wegen diesem Dreckskerl, oder was? Ach, nee, bitte nicht. Hallo, ey, ey, ich schwöre, das sind so Opfer, Alter. Ey, Mann. Ja, den Schwanzbediener mach ich nicht. Alter, Alter. So ein Dreck. So. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Ah. Oh, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Das funktioniert. So. Oh, okay, jetzt. Ich bin in der Kuhl. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Was ist denn hier drin? Es sieht aus wie der Schwerer ist in der Jazzclub. Hier! Schau! Nicht da reintappen. Einfach warten. Schau! Moment mal. Alter, von hier bin ich gekommen, jetzt kann ich den scheiß Weg wieder hochgehen. Oh mein Gott. So ein Dreck. Alter, halt bei deinem Maul, komm. Also ich weiß es nicht mehr, hundertprozentig, weil ich sagen muss. Alter! Boah, ey, ich kenne da ausrasten, so ein Opfer. Mein Gott. Ja, geht her. Achso, da lang. Und jetzt kommen die Dreckskerle, oder was? Ach, ich hätt' gleich hier lang gehen sollen. Hört ihr das auch? Hört ihr das auch? Ich hör' die Witch. Ich hasse sie. Ich hasse sie einfach nur. Weil so ein Stück Scheiße ist, jetzt werd ich bestimmt verrecken in dieser Hure. Wollt dieser Schlampe doch ihr Problem sein, aber nicht meins. Oh nee, da ist die Witch. Sch... Ich... Immer auf mich geht dieser Schlampe los. Wirklich immer auf mich, Alter. Ich brauch' Leben, hat niemals... Ne, niemand hat Leben. Was ist denn da drin?